Der andere will mir einfach alles wegsnacken, klar! Ich bin tot. So wie der... Ey, in Aero immer wenn ich aufnehme... Ey, ich hab alle Acht bekommen! Schrei nicht immer so rum, Mann. Yau! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Eriko Boss PvP Spu... Heute spielen wir Aero und wir haben beide das dauerhafte Kit, was eigentlich voll unnütz ist, dass wir das beide haben, aber YOLO! Ey, Eri, ich hab... Ach, ich kann mir noch nicht mal mehr 200 Punkte und ich kann mir doch Kit by Rush, und ich hab 11753. Bau schneller, sonst blieb ich dich! Hey! Du wolltest nicht blieb! Aber geil, Alter, jetzt muss ich mir direkt wieder bronzen. So... Äh... Immerhin hast du deine bessere P-Gags als gerade, ey. Ey, scheiße! Ey, ich wollt mir je gerne P-Gags holen. Ich wollt mir Blöcke holen für... Ja! Der aus Team Rot will... Der andere will mir einfach alles wegsnacken, klar! Ich bin tot. So wie der... Ey, in Aero immer wenn ich aufnehme... Ich hab alle Acht bekommen! Schrei nicht immer so rum! Sch... 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 In Aero immer wenn ich aufnehme, dann krieg ich immer die übelsten Fails. Einmal die Aufnahme mit Daniel und äh... Nickert. Und... Jetzt gerade eben. Erich, soll ich einen Achterbogen für mich oder für dich auch noch einen Bogen? Weiß nicht. Wieder wächst! Ach, wir sind hier an unserer Show, dann mach ich mal für beide einen Bogen. Ah! Scheinlich! Jo! Wasch! Alter! Nur weil ich das Gold geholt hab, baut der mich ein! Let's surf's! Wer war das? Wer... Nicht dieser Plot Nico, sondern Pfeiffer HD. Ja, er ist echt ne Pfeiffer, ich weiß aber... Naja... Er will halt Zweifel nehmen. Das kann doch nicht sein! Dum 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 dum. Erich, bist du beim, äh, Eisen? Hä? Ich hab ein Schwer für... Alter, irgend so ne Fee hat mir grade Schwer gegeben. Das war ich. Ah! Ja! Ich bin eine magische Fee! Naja, magisch nicht aber ne Fee bist du. Ja! Oh, gut. Agisch, das könnte passen, ne? Die Kacke ist in unser Block eingebaut! Was soll das werden? Soll das Stan werden? Das war ich! Mein Gott! Stan, nichts als Beleidigung gegen dich, aber... Erich wollte nicht halt nachbauen und das ist so was ich eh von dir denkt, ne? Na ja, hat er gar nicht so schlecht gemacht eigentlich, ne? Sei da, das hat er nicht wissen. Der guckst doch, ey! Also, ich finde, es ist gar nicht so ungelungen dafür, dass du Stan machen wolltest. Na geil, 0,033-Colaflasche hier? Na geil! Na geil! Wer ist vielleicht noch mit einer Steinpickhex? Keine Ahnung, wo der Silber aus der Kiste, weil's noch was ich weiß, da ist. Ach, das wurde eh alles weggeschnitten. Ich schneide jetzt irgendwelche Kiddies runter. Weil's Spaß macht. Warte, ich komm mit, lass mal zusammen die anderen Leute mobben. Hä? Bei Team Blau ist einfach mal gar keiner. Die sind beide oben. Die hol' ich mir, die hol' ich mir mit ihrem Gold. Nein, hol' sie dir nicht! Ich bau' den Block up mit der Hand. Ach so, da kommt jetzt einer zu dir. Ich helf' dir. So, warte, hinter dir hin. Du wirst runter geschubst! Hast du Pikes? Bau mal schnell den Block ab! Bau mal lies, dannselsäge! Bauen mal den Block up! Zumm! Zumm! Ich würde mich noch heilen Keil! Wir sind geiles Borke, ne? Wie kann alles? Jo man, Alter. Wir sind auch überhaupt nicht Nubig oder so, ne? Warte auf induced. Wir muss noch mitkommen. wir müssen aufpassen dass keiner bei unserer Base ist also von den Gegnern aber naja einer passt da schon bei uns sind doch welche haben wie du merkst Alter ich hasse das Goldschwerter so schnell kaputt gehen ich weiß gar nicht was ich Minecraft dabei gedacht hat das Gold so schnell kaputt geht ich hab mal von jemandem gehört das Gold zu früher mal das beste war besser als dir Erich wo bist du? Komm lass runter gehen wir brauchen keine OP Pickaxe wo sind sie? komm mit ok warte mal kurz wow geil wär auch irgendwie Team-SG ne? dass du Team machen kannst du auswählen kannst und den anderen dann nicht ähm so wie Ware nur halt mit Kisten boah ich wär fast runter geworden ich hab ein Leben ich hab ja altes Leben ich hab altes Leben tot oh nein da war einer da war direkt neben mir einer oh nein oh nein oh nein oh nein das war heute aus unserem Team also wenn wir so weitermachen wie gerade eben dann ist die Aufnahme noch 5 Minuten zu Ende dann ja also wenn ihr jetzt guckt unten in der Timeline dass du vielleicht unten sein sobald und schießen ich bin warte warte ich ich mach das gleich für dich ja soo ich hol mir den mit Bogen aus dem Grün ok so 10 Silber in der chest da hat einer das Spiel verlassen jetzt noch ein bisschen was zu essen ich lass mir Zeit nur soo und ab geht's wo bist du bei der Mitte? ich snipe grad hier grün kaputt aber erstmal muss der Sniper von denen weg der snipe mich mit meinem Bogen runter wenn ich zu orange geh ok wo war der eigentlich aus Team Blau würde ich mich mal interessieren gute Frage aber ich pass mal auf unsere Base auf bei uns ist keiner bei unserer Base oder? ja doch was du ja ok ich hab vier und halb Leben warte mal kurz wir müssen unbedingt aufpassen dass da keiner kommt aber wir haben schon neue Base halt auch haben die ganz gut gemacht einer von uns gelöftet ja komm das soll vielleicht wenn die wirklich so schnell geht machen wir für dein treuig Publikum mal zwei Folgen Aero naaa wenn wir euch hier mal beweisen wie gut wir Aero sind und das richtig schnell durchwaschen was nein Vorsicht ich komme Taddleskin Taddle 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 ich sterbe da kommt einer hier musst du fokussen ich helf dir ich helf dir ein bisschen pvp pro hier am Werkel warte mal warte mal lass mal auf die gehen imagine D du holst die während ich Warte helf mir ich werd von den anderen noch runter sma warte warte ha ha wish viel後 weg okay gut alle הרizeital sind weg oder opfer einfach noch so ehemaligen Team Grün ist noch unser einziger Angstgegner die Orange ist auch so gut wie raus ich hole mir noch ein bisschen Silber ja ich hab sie in Silber mal gerade eben aus der Kiste genommen okay Pfeiffer Pfeiffer hat Bogen ich weiß, ähm hast du ohhhh 22 Silber und beiden was? 22 Silber gut ein Kass mit 2 gehen für den siebener Schwer war scheinlich ich ich ume 3 und auch ein viel Gold ab, falls ich bin ich leben ab, dann reicht es wirklich ja dann da macht auch genug Essen für uns beide guck mal dort, das kriegst du alles noch ein Eisenbüttel die gleiche Nichts ist ein Verständnis von Zerberg von Zerber Zeitüberschreitungen oder noch nicht die 15 sieben tschüss ich meine Stimme hat sich wieder übertrieben schaden nicht wegen meiner Tonqualität sondern überhaupt weil man nicht manche die Schüsse ist das war guckt ob er auch nicht ob man bei ob man nicht bei mir übersteuert wird weil es ist irgendwie manchmal ganz komisch jetzt ja ob ob du bei mir zu laut ist ob ich das vielleicht ein bisschen ändern muss er bei rasch war das früher ja voll klatschen zu laut da war ich viel zu leise hast du lust uns beiden bogen zu holen oder vielleicht mal team orange erst mal kaputt zu machen ja ja ich mach mal team orange orange weg ragen oh mann ja oder hat mir gerade so ok ok weißt du wir machen einfach die kenne einfach team drüben ich habe mich mit bogen runter ich wette erholt mich mit bogen runter wo ist der denn von links der von der base von den nicht direkt nicht allein ich sterbe ich sterbe zwei leben schau zauber das haben wir gut als team gelöst einer bietet 1 2 1 und und sagen nach dem grünen warte warte nicht so lange auf die ich habe ein halbes Leben und erst mal erlangen ja ich wollte es um Verwesen Nene Fall ist der Fall ist gut warte mal ich schifte mich mal rüber zu bestanden auch da oben ist einer von dem grünen Samira Gramm ich auf sie und auf jeden Fall der hat die hat nichts das ist ich habe ich im Sterben schon wieder ich habe mich einfach eingebaut das was ich immer mache ich liebe meine Respawn Block Zerstörungstaktiken ey Leute auch wenn das hier Aero ist das ist ein Bedwurst gehen das könnte das geht manchmal bis über eine dreiviertel Stunde diesmal geht es vielleicht eine Viertel höchstens ey kann es sein dass ich jeden Block abgebaut habe ey ja ja ne ey so kennt man es von mir auf jeden Fall jeder nimmt einfach alles Silber daraus wir hatten über 20 Silber da drin also diesmal habe ich es nicht rausgenommen okay einen kann ich ja schon mal holen so 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 da ist bei der Welt von mir ein ich denke das ist ja mit Schwerden zu beschenken also was man von mir kennt da ist die Gegner wo immer runter schubs egal was passiert und sich den Blockerbauer herrliche Ziele also ich werde mal sagen in einem Weltraum und erwähnt Menschen schützen oder so weiter drinnen nur hallo hallo wir machen jetzt als dreierteam kaputt also damit damit ist es mehr Pfeiffer HD ist eigentlich auch so als Special Guest bei uns im Skype ok nice m aber er ist schüchtern und redet deswegen nicht so viel ok Pfeiffer HD und ich habe diesen einen Typen gekillt Jochen Bang und wo Samira Kram ist das habe ich jetzt keine Ahnung das ist bei mir bei dir? Wo ist die? wo seid ihr? er gesagt nein! von runtergefallen wo seid ihr? nein die will ich holen nein die will ich ist meine Aufnahme da mal bitte lass die nun mal mich bitte holen wo ist die denn? ja das sage ich jetzt nicht ich will die holen wahrscheinlich ich habe mich schnell mal ganz schnell in die Erschwerte mal äh Pfff die ist schwer du warst in die Erschwerte na eh wohl komm ich nach Kita komm ich nach bist du denn ich habe zwar gar kein läuft bei mir bist du denn überhaupt ich bin auf dem weg von timo rang ich hab zwar nur ein siebener stadt und keine rüstung aber wir wollen mal gucken was du daraus wird ist sie hier wenn ich einstürme mit einem herz und sie hat einfach rüstung ich bin level 22 ich kann mir fassen doch das geht nur leute das ging ja schnell eigentlich also für euro schneller als war auf jeden fall nächste folge kommt dann damit schon will ich war ein bisschen mehr klein und ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ja dann das doch einen daumen hoch da und noch ein und wenn ich da bin ich ein kleinkindermann lassen dauerhaft genauer ersterland so m was soll ich noch sagen irgendwo ist keine ahnung ach so ja pfeifer hd hat das Schlusswort weil er war ja auch die ganze Welt zum skype aber er ist halt schüchtern und drehen deswegen nicht okay pfeifer sag mal was einfach in der mikro sprechen